Willkommen zurück zu Cheshok Live! Das letzte Mal hatte ich in der einen Aufnahme das letzte Level von der Kampagne Battle Royale abgeschlossen. Und davor die Aufnahme habe ich beim letzten Level ziemlich lange gebraucht, aber bei der letzten Aufnahme hat sich das mit einem Versuch gleich geschafft. Ja, dann habe ich noch die ersten zwei Level von Amorat Fury gespielt. Und jetzt geht es weiter mit Surrounded und die anderen Level. Okay, drei gegen zwei. Gar, Bobo, Ovi, Tweezer. Die Waffe habe ich auch noch gar nicht gekannt. Darf ich jetzt auch mal? Hallo, ich habe dir nichts getan. Wieso greift das mich einfach an? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe mich schon gewundert. Ah, verdammt. Wieso auf mich? Regen ist Gift. Nein! Der war so schön. Boah! Kann ja. 5. 10. 10. 11. 12. 16. 18. 17. 18. 18. 20. 21. 21. Das war eine neue Waffe, die ich freigespielt hatte, nachdem ich da live aufgestiegen bin. Doppelt-Banane? Ja, übertreibt doch! Hier, willst du auch mal in den Boden versinken? Hast du einen Schwein gehabt? Also die beiden sind echt blöd, um zu zielen. Wiesel dauert auf mich?! Okay, es ist trotzdem vorbei, wenn ich sterbe. Okay, ich darf nicht sterben. Die beiden können sterben, aber ich nicht. Alter, ist das dein Ernst? Okay. Ich habe mich schon gewundert, was das für eine Waffe war, aber du bist ja auch... Ja, schau. Na, wie gesagt, ich kenne nicht alle. Ich bin hier neutral und die greifen mich an. Ja, den kann ich jetzt ein bisschen schlecht angreifen. Ich muss wieder brechen. Breese nehmen. Breese. Wie ich gerade ausgesprochen habe. Oh, Pixel ist gut. Mann, Alter! Irgendwann ist das auch schon ein bisschen lästig. Weil man nicht angezeigt hat, wo die ungefähr hinfliegen. Besonders die Pixel-Waffe macht einen großen Schaden. Der war gut. Komm! Töt ihn! Komm! Aufírat! Nein! Der war gut! Oh nein! ich weiß nicht wieso aber ich habe das gefühl dass bruce eine störung hat wo ist es deine angst ja go mamones am start ok gut Ich baue hier eine Mauer, Jaska. Das ist hier deine Grenze und das ist unsere Grenze. Bobo, bitte mehr zielen. Habe ich den Crit bekommen? Ich möchte schon wieder gerade sein. ... ... Kameraden, bitte mehr zielen! Ihr seid Level 50, ich bin Level 19. Wird nix. Oder? Oh, doch. Jawoll. Die Buff hab ich auch gar nicht gekannt. Ich wollt grad sagen. Habt du jetzt auch ne Störung bekommen, Scar? Lass mich ja gleich sehen. Nein, halt. Schade. Du Idiot! Hast du auch verdient. Jawoll. Deja Vu kommt jetzt. Ich hab bisschen Angst. Was meinen sie mit Deja Vu? Also irgendwas, was anscheinend schon mal herankam, oder? Das, was mit das zu tun hat, sind beide ja ne grüne Karte. Ja, und dann krieg ich noch Bobo. Aber wie ich gesagt habe, Scar und Pruis wollen sich rächen. Und wer ist der Neuling da? Raspberry. Hey, wir können uns... Wir können diesmal fahren. Und eigentlich mal kann ich mich als erstes bewegen. Oder auch langsam mal Zeit. Äh, hier, kriegt ein Krater. Für das Feuer. Ja, ja. Hier ahnen Steine. Alter, Bobo. Wieso muss ich unbedingt ihn haben? Boah, ich möchte sich rächen. Weil ich ihn die Karte davor besiegt habe. So, Pruis kann auch nicht mehr weg. Keiner kann mehr weg. Außer Bobo. Er ist der Einzige, der sich noch verwegen kann. Oh, oh. Ich hätte es trotzdem gefeiert, wenn ich nicht einmal getroffen wäre. So. Ja, ich bin die Einzige Chance für Pruis halt. 46. War gerade sagen, wer klatscht denn hier so? Gut, ich habe jetzt ein bisschen wieder Freiraum zum Bewegen. Und Pruis habe ich schon wieder besiegt. Wieder als erstes ist es rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob Pruis ein Mädchen oder ein Frauennamen ist. Gut, Bobo hat Raspberry besiegt. Und wieder mal Skat zum Schluss. Und Skat ist natürlich auf mich abgesehen. Hast du ein Glück gehabt? Jawoll, Bobo. Eigentlich hast du mal was Ordentliches gemacht. Orangenschaft frei, gescheitert. Call of the Shots. Levelaufstieg. Level 20. Ein Panzeraufwertung. Mini Pinger. Waffe frei gespielt. Bin gespannt, wie das ist. Ziel ist geschützt. Hat das Sagen. Schließe 45 Missionen ab. Echalings complete. Waffe freigeschaltet. Pfeffer. Messer kriege ich danach. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das hier bedeutet. Ich glaube, das soll bedeuten, zu viele Erfahrungspunkte bekomme ich, wenn ich das Level abgeschlossen habe. So, jetzt werde ich jetzt noch Twinkle Twinkle spielen. Ich habe auf sowas keinen Bock. Auf sowas habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ich werde mich nicht fortgewinnen. Ich werde mich nicht fortgewinnen. Ich mache mal Angel 34. Und Angel 40. Power ist 29. Also 28. Und 69. Ja, sicher. Okay, ich konzentriere mich erstmal auf die Feinde. Manchmal Power 70 und 79. Schon zu weit. So, 79 und Power manchmal 45. Und 50. Und 50. Bleib da mal einfach bei der letzten Ausgangsposition, danke. So, dann versuch ich mit 55. Willst du mich verarschen, Alter? Und 52? Gut. Ah, scheiße. Okay, 79, 52, brauche ich hier. Was hat der Schiff hier in Angel gehabt? 40, glaube ich, wahr? Stimmt, beide waren 40. So, das ist der Schiff. Ja, das war mir klar Oh, doch! Geschafft Statt, es knackt jetzt hier bei der Kante Gut, das war wieder eine Aufnahme Shellshock Live Ich hoffe, es ist nur eine Folge diesmal wieder Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal Bei einem restlichen Level Ich sag nur noch Adios